Am letzten Donnerstag war der Nightwatch-Club erneut zu Gast im Foyer der Zentralhallen. Sehen Sie jetzt ein Best-of des Abends. Mann aus Köln, aus der Innenstadt, alleinstehend Künstler. Das heißt, Schwule, ja voll. Das stimmt leider. Aber ich kann wirklich, ich kann nichts dafür haben. Tatjana, ich bin gerade total ruhig. Alles klar, ich konnte, der hätte den Spaß mitgemacht. Ich kann nichts dafür, ich schwör's euch. Wenn man als Mann nach Köln zieht, wird man zwangshomosexualisiert. Ich komme aus Paderborn. Ich kann mal als junger Mann mit offenen Armen nach Köln. Und kaum, dass ich den Rhein überquerte, knet mir so die Handgelenke weg. Steinemke mit Ämmchen, da bin ich. Wenn ich Kaffee trinke, tanze ich halbnackt im Handstand, sagen wir mal, zum Rhythmus eines Ford-Fahr-Acht-Motors bei 8000 Umdrehungen in der Minute, während eine Handvoll Gas, dann kann man vier Juse mich mit dem Maschinengewärme schießt. Und langbeine mich dabei. Alle Windkrafträder Österreichs erzeugen im Jahr so viel Energie wie ein Quadratzentimeter Sonne in einer Sekunde. Wenn ich Kaffee trinke, dann erzeuge ich in einer Millisekunde mehr Energie. Hier ist alle Windkrafträder Opus plus der Turbautiker Besuch und ich muss natürlich vom Rhythmus-Motor und der Weltputz die Sonne in einem Jahrhundert nicht erzeugen können. Wenn ich Kaffee trinke, neige ich mich zu Übertreibungen. Übertreibungen neigen sich zu mir. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei mir zu Gast sind, weil wenn ich normalerweise bei Ihnen zu Hause zu Gast bin, ist niemand da. Und ich finde das nicht immer so schön, wenn die Leute sagen, Florian Silbereisen, der hat die Haare schön, der ist scheiße. Wissen Sie, ich finde, das kann man auch ein bisschen mit Niveau sagen, ja? Also sowas wie Florian Silbereisen, das gehört zurückgefickt und abgetrieben. Wissen Sie, ich habe keine leichte Kindheit gehabt. Ja, oh, kennst du mich, ja. Wunderlich. Auf Lünen, nicht? Die haben immer zu mir gesagt, Kurva Marek, du bist kein richtiger Pole. Du bist so blöd zum Klauen und so fett zum Weglaufen. Die haben zu mir gesagt, ja, ja, lass. Die haben zu mir gesagt, Die haben zu mir gesagt, ich steck mich zum Klauen, bleib kurz hier, ich geh kurz da unten. Schönen guten Abend, um noch die nächsten Zuschauer zu vergraulen, Alter. Du fühlst, das hätte schon rauskommt, ne? Ich schiebe mich selber raus. Guck mal, da haben wir den Nagel. Du siehst, da ist noch so ein bisschen Gedirgen dran. Hier ist noch ein Waschbär, Rocky, 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 Rocky. Fein. Entschuldigen Sie, Kandidat Ben Legitieri hier in meinem Restaurant. Okay, Herr Kellner. Light my fire! Zurück an die Lunge und dann schnell hinsetzt. Der nächste Nightwash-Club findet am 21. Februar statt. Zu Gast sind dann Moderator Johannes Flöck, das selbsternannte Comedy-Luder Ramona Schuhkraft, Comedy-Psychologin Vera Deckers und der Geheimtipp der deutschen Kleinkunstszene Frank Fischer. Untertitelung des ZDF, 2020